Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Thomas Armbrüster. Ich bin Professor für Wissensmanagement und Personalführung an der Universität Marburg und einer der wissenschaftlichen Kooperationspartner von Great Place to Work. Seit meiner Doktorarbeit in den 1990er Jahren beschäftige ich mich in der Forschung mit dem Thema Unternehmenskultur und seit einiger Zeit haben mein Team und ich die Möglichkeit von Great Place to Work anonymisierte Daten auszuwerten hinsichtlich der verschiedenen Zusammenhänge zwischen Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg. Dadurch bin ich mit den Schwellenwerten von Great Place to Work vertraut, die zu den heutigen Auszeichnungen führen und ich meine sagen zu können, dass es sich dabei um Auszeichnungen von ganz besonderen Leistungen handelt. Sie haben es geschafft in Ihren Unternehmen in außergewöhnlichen Zeiten seit März 2020 eine besondere Unternehmenskultur zu etablieren, das stellt eine sehr außergewöhnliche Führungsleistung dar, nicht nur des Top-Managements, sondern auch des mittleren Managements und selbstverständlich auch vieler Mitarbeiter. Dazu möchte ich aus Forschersicht ganz herzlich gratulieren. Machen Sie weiter so, lassen Sie sich nicht beirren. Herzliche Berufsausmahlung.